Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch nochmal das Zopfen ohne Zopfnadel. Diesmal zeige ich es euch in beide Richtungen, also einmal nach rechts und einmal nach links. Das ist ganz einfach und kann man sich auch ganz gut merken. Wir stricken erstmal bis zu unserem ersten Zopf und dann zeige ich euch die Drehung nach rechts. Wir wollen also erreichen, dass die Schräge nach rechts verläuft und oben drauf liegt. Dafür würdet ihr jetzt normalerweise die ersten beiden Maschen auf die Zopfnadel heben, nach hinten legen, die nächsten beiden Maschen stricken und dann die beiden Maschen auf der Zopfnadel stricken. Das geht aber auch ganz einfach ohne Zopfnadel. Ihr müsst jetzt den Faden vor die Arbeit legen und einfach Masche 3 und 4 hier vorne rechts stricken. Einmal. Und die Maschen lassen wir jetzt natürlich alle auf der linken Nadel. zweimal. So, jetzt haben wir Masche 3 und 4 rechts gestrickt. Jetzt müssen wir Masche 1 und 2 noch rechts stricken. 1 und 2 und dann können wir alle 4 Maschen von der linken Nadel gleiten lassen. Und ihr seht, es ist genau das passiert, was wir haben wollen. Masche 1 und 2, Masche 3 und 4. Und die Schräge ist vorne nach rechts geneigt. Das Ganze geht auch mit 6 Maschen. Natürlich wird es mit mehr Maschen natürlich immer noch ein bisschen unkomfortabler. Also ich glaube, bei 8 oder 10 Maschen zöpfen würde ich wahrscheinlich auch wieder eine Zopfnadel nehmen. Aber mit 6 Maschen geht es auch noch ganz gut. Da würdet ihr jetzt eigentlich die ersten 3 Maschen auf die Zopfnadel legen und das Ganze nach hinten klappen. Wir fangen jetzt also an mit Masche 1, 2, 3. Die 3 sind quasi weg. Sondern also mit Masche 4 fangen wir an. Die stricken wir ebenfalls vorne rechts. Kann sein, dass man die so ein bisschen aufbiegen muss. 1, die nächste Masche. 2. Ihr seht, das ist schon ein kleines bisschen fummelig. Aber es geht eigentlich ganz gut. 3. So. Und jetzt die 3 Maschen, die eigentlich auf der Hilfsnadel wären. Da muss der Faden wieder nach hinten. So, Faden hinten. Und jetzt wird die erste Masche rechts gestrickt. Und die kann man auch gleich schon von der Nadel gleiten lassen. Die zweite Masche wird rechts gestrickt. Kann man auch schon von der Nadel gleiten lassen. Und die dritte Masche wird rechts gestrickt. Und jetzt können wir alle Maschen von der Nadel gleiten lassen. Und da sind unsere 6 Maschen. 1, 2, 3 liegen vorne. Schräge verläuft nach rechts. 4, 5, 6 liegen hinten. Genau so wollen wir das. Jetzt zeige ich euch nochmal das Zopfen nach links. Das geht sogar noch ein klein wenig einfacher. Da müsst ihr die ersten beiden Maschen erstmal abheben, wie zum Linksstricken. Das heißt, da ändert sich nichts an der Masche. Die Masche 3 und 4 heben wir ab und drehen sie dabei um. Das heißt, wir heben sie wie zum Rechtsstricken ab. Und jetzt legen wir alle 4 Maschen wieder zurück auf die linke Nadel. Der Unterschied bei diesen beiden Maschen ist jetzt, um die Maschen richtig rechts zu stricken, müssen wir hier vorne ganz normal von links nach rechts einstechen. Aber bei den anderen beiden Maschen müssen wir hinten einstechen. Und genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen die Maschen nachher nämlich nicht verschränkt haben. Normalerweise würdet ihr die ersten beiden Maschen auf eine Zopfnadel heben, das Ganze nach vorne klappen. Und die nächsten beiden Maschen rechts stricken, dann die Maschen auf der Zopfnadel rechts stricken. Wir haben das jetzt anders gelöst. Wir können jetzt Masche 3 und 4 ganz einfach hinten rechts stricken. Bleibt alles auf der linken Nadel. Und jetzt stricken wir die erste Masche. Die kann runter. Und die zweite Masche. Und jetzt kann alles von der linken Nadel runter. Und jetzt sehen wir schon, hat genau richtig funktioniert. Masche 3 und 4 sind hintenrum vorbei. Und liegen jetzt hier und die Schräge vorne zeigt nach links. Das ist jetzt Masche 1 und 2. Das Ganze geht auch ganz gut mit 6 Maschen. Stricken wir nochmal da hin. Also wieder. Normalerweise würdet ihr die ersten 3 Maschen abheben, auf die Zopfnadel nach vorne klappen, die nächsten 3 Maschen stricken, dann die 3 Maschen auf der Zopfnadel stricken. Wir machen es jetzt wieder einfacher. Wir heben die Maschen, die ersten 3, wie zum Links stricken ab. Und die zweiten 3 Maschen, wie zum Rechts stricken, damit sie umgedreht werden. Dann kommen die 6 Maschen wieder zurück, auf die linke Nadel. So. Wir haben nichts weiter gemacht, als die 3 Maschen umzudrehen, damit wir sie ganz einfach hinten stricken können. Das machen wir jetzt auch. Masche 4, hinten rechts stricken. Masche 5, hinten rechts stricken. Bin ich richtig drin? Jetzt bin ich richtig drin, oder? Ne, immer noch nicht. So. Und Masche 6, hinten rechts stricken. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt fehlen nur noch Masche 1, ganz normal vorne rechts stricken. Masche 2, das wären jetzt im Prinzip die auf der Hilfsnadel. Und Masche 3. Und jetzt können alle Maschen von der linken Nadel runter. Und jetzt können wir es wieder erkennen. Die Schräge liegt oben drauf, zeigt nach links. Und die anderen 3 Maschen sind hintenrum vorbei gestrickt worden. Ich stricke mal eben bis zum Ende der Reihe, dann kann man es besser sehen. So. Zweimal nach rechts gezopft und zweimal nach links gezopft. Klappt wunderbar. Viel Spaß damit. Tschüss. 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 Tschüss.